So Jungs und Mädels, herzlich willkommen zum nächsten Zusatzgefecht. Ich spiele in meinem Arm-X-1390. Wird wahrscheinlich mal so wechseln mit dem 28-01 und hier dem. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, welcher Panzer ich als nächstes frei spiele. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht sehen wollt oder welcher Panzer gut ist. Es geht hier halt jetzt um die Lorraine 40T und halt um den Panzer-Dings-Panda von den Deutschen. Der Nachfolger halt. So, Bewegung. Lass ich mal eine 2-Mosser an. Oh, die Gegner haben 5 Artis, wir haben 4 Artis. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ein 5 Sechser. Seht ihr hier selber. Das ist wieder grandios, oder? Grandiose Geschichten haben wir hier wieder am Start. Ich glaube, ich habe ein bisschen was aufklären. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Scheiße. Wir haben die Kette repariert. Los geht's. Ja, die ist hier Artis-Safe. Äh, unsafe, Mensch. Was geht denn da in der Mitte ab? Hallo? 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 Werkmale? Wirkungs-Treffer? Werkmale? Wirankung-Treffer? Wir haben sie! Scheiße. Oh, leg mich am Arsch Ach, du Scheiße Ach, du ahnst es nicht Hm, hm, hm Noch am Nachladen Okay, die erste Angriffsfälle haben wir mal überstanden Aber ganz schön seltsam Hier ist 3, steht frei, haben wir doch kennen Ah doch, die richten sich gleich wieder aus, warte mal Schön Habt ihr es 3, mach kaputt Mach ne kaputt Ich hab Bock da drauf zu schießen Das ist natürlich Ja Also die Takti von der Gegner waren schlecht So handelt Peshka, dass sie nicht direkt auf die Artis getroffen Die S3 hat aber ein bisschen zu lang darüber lebt Oh, es steht 7, 7 Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird Aber man muss bedenken, die haben jetzt halt auch nur noch dann 5 Artis Ich meine, das ist ja nur noch eine Arti Aber ich weiß noch mal nicht Auf der Map da mit 5 Artis Naja gut Also weder Fall Das ist also 5 Artis Auf einer Map Jetzt haben wir 4 Das heißt insgesamt sind 9 Artis Meistens sind sie dann 5, 5 Das sind 10 Stück Von 30 Panzern 10 Artis Also das ist ja wohl total bekloppt Aber Naja Die ganze Zeit, wie ich die Let's Plays gedreht habe Keine eine Arti Und jetzt das erste Dings Zusatzquash Wo ich meinem Arm X spiele Und schon macht es Knallbang Und die Artis sind voll Na leh, dann brauchen wir 2 Schuss Nicht die Top Gun Doch, oder? Jo So, jetzt haben sie noch einen T32 Und einen Tiger P Dann haben wir dann doch irgendwo was Wo es abgeht Wo die Ferdinand schleicht rum IS-3 Komm, Knallnerinnen Knallmann rinnen Irgend so ein Drecksack hat mich kaputt geschossen Ich hatte wie so viel zu viel Glück am Anfang Wir brauchen A2 Schuss Ey, das ist doch Wahnsinn Muss ich Ich muss euch ehrlich sagen Ich hätte nicht gedacht Wie die am Anfang da durchgerusht sind Und dass das alles so ein bisschen seltsam ablief Dass mir da noch Dass das so abläuft noch Ich hätte echt gedacht Die würde uns hier zerreißen Gut, wenn man mal 5 Artis im Hintergrund hat Und dann ist man dann als Light- oder Medium-Tank Verleitet das natürlich ganz schön hier vorzugehen So, jetzt haben sie nur noch Tiger P ist da oben Irgendwo wandelt der da rum Wie der Das Ding da oben stehen Hatte T69 Ist das, glaube ich Wie der der Helm da aufgebogen hat Oh je Oh je Na Gucken wir mal Um Jagdtiger zu Jo, das werde ich im Zusatzquäsch also auch öfters mal laufen lassen Das Ganze Was ich im Let's Play halt nicht machen werde Und bis ich darüber diskutieren kann Ach, was soll er machen Er versucht es wenigstens Hätte ich jetzt nicht gedacht Dass das so ausgeht noch Tut am Anfang so viel Glück Und dann, wie ich da gestanden habe Kriege ich für eine Artis Splash War ja alles klar, wie ich Splash schaden Von zwei Artis entkassiert Naja Gucken wir mal, was wir rausgetan So, Schaden ist, denke ich, mal Halbwegs egal Äh Oh, nur 507 Gut, für das, dass ich Ihr seht doch, ich habe schon aufgeklärt Es gab nicht viel Damage War mir gerade, ja Konnte ich schon mal denken Dass da nicht viel rauskommt dabei Die haben einfach nichts getroffen So, ich habe selber 568 Schaden gemacht Fünf Treffer erhalten Der potenzielle Schaden war 1995 Warte ich mir klick wie verstand So, 7000 Credits mit Premium rausbekommen 7300 Knapp 7,4 Und 618 618 werden es ohne Premium Account Naja Okay Ich hoffe, nächste Runde wird besser Wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder So, herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde Vom Zusatzgefecht Diesmal dann mit dem VK2801 Um den es geht Um die Reihe Ich weiß noch nicht, welche ich spielen soll Ich denke, ich würde es mal so spielen Wie es gerade halt geht Und dann gucke ich mal Was am besten dann halt klappt So Ach Gott Wenn ich die Map-Story da sehe Ein Zehner Vier Artis Das ist natürlich eine witzige Geschichte Ich habe jetzt leider das Tarnitz und Scherenfernrohne dabei Was natürlich besonders beschissen jetzt ist Ich brauche doch eigentlich flugs drauf zu schießen Und zwar so Die Mannschaft ist zwar ein bisschen getarnt Aber Oh Mann Das dauert nichts Ich fühle mich hier total nutzlos Irgendwie Was soll ich schon gegen diese Panzer da machen Na, da sieht es auch jetzt nicht so Vorsicht aus Die IS-8 geht noch nach vorne Ah, leck Ey, könnt ihr nicht nur einmal pingen Also ich verstehe diese Diese Deppen nicht Die dort laufen Drum pingen müssen Wie die Bekloppten Gibt ja manche Die spammen das Ding Komplett voll Ja, der IS-8 fangt schon eine Oh, ich wurde entdeckt T-71 ist natürlich ganz beschissen Sehr schön Wow Guckt euch mal da die Minimap an Wenn das alles wegputzen Hey, hey, hey Kommt Kommt E-100 Und IS-7 Go, go, go Ich habe hier alles schon frei Hier ist keine Sau Kann ich ihn schon abknallen Weil die zwei dicke kommen So ist das ordentlich Ich werde die Lorraine Möw weg Mach mal Baller, baller Baller, baller Hey, oh Da steht der TD Die dicke TD WZ hat die Seite getauscht Steht jetzt da Hinten Okay Dann gehe ich mal weiter vor Wir haben uns eine Kette abgeschossen Wir stecken fest Kette repariert Weiter geht's Noch so eine und die sind fertig Ja, da war wohl nichts, mein Freund Das war wohl nichts 15,5 Nicht schlecht Nicht schlecht So, da gucken wir mal Ob ich doch ein bisschen was aufgeklärt bekommen habe Die, 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 die Die Schaden Da hat das Objekt 2100 Oh, nicht schlecht So Ja Na, Top 5 Eins, zwei, drei, vier, fünf Tatsächlich Haben wir hart Nicht gedacht Okay Ich habe noch gar keinen Schaden Durch Aufklärung Ich habe irgendwie wenig auf Also jetzt mal ganz im Ernst Ich verstehe Wie habe ich da jetzt Punkte gemacht Verstehe ich jetzt nicht so ganz Drei Schuss, drei Treffer 880 Schaden Potenziell 500 erhalten Ja, die sauviel Glück gehabt So, ich habe trotz Gold Munition Was ich hier verbollert habe Noch mit Premium Ein Plus von 7350 Und ohne Premium Hätte ich knapp Ein Plus von 1088 Naja Also ich weiß jetzt selber nicht Wie das jetzt hier Das ist ja übel Kein Schaden durch Aufklärung Ich habe nur einen Gegner entdeckt Okay Naja Alles klar Da würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder mit dem